So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Folge, ich weiß es nicht, ich glaube, 5... 76? Ich bin mir unsicher, deswegen kündige ich es mir nicht an, ich muss nachher erst schauen, ich habe einen Überblick verloren. Das passiert. Aber egal, Hauptsache, wir sind frisch, fromm, fröhlich, frei dabei. Und diesmal habe ich auch einen Timer wieder betätigt, das heißt, wir werden wieder eine exakte Uhrzeit haben, aber nach dieser Folge muss ich auf jeden Fall schauen. Das müsste nämlich die vierte sein. Und ihr wisst, maximal 5 bei den Platzverhältnissen. Könnte auch sein, dass wir die letzte Folge zu lang gemacht haben, dass es nicht mehr reicht für noch eine. Das ist möglich. Aber gut, dann ist das eben so. Oh man, ich wollte doch vorm Level ab noch zum Nessim Wari. Das ist sonst doof. Aber ich kann jetzt nicht einfach durchreiten, ohne die umzuhauen, das geht nicht. Da habe ich sie alle am Arsch. Und die sind so dicht gesetzt, dass die dann auch immer wieder hätten, bis ich oben bin. Ich probiere mal ohne den hier ums Eck rumzukommen. Und jetzt nehme ich hier die drei. Das wird jetzt haarig, aber okay. Drei könnten wir gerade noch hinbekommen. Mit ein bisschen Selfie. Sieht gut aus, sieht gut aus. Na komm, schwein dich schlau. Ich bin so gerade schön am Kämpfen drin. Ich bin heute ein bisschen übermütig. Nimm dich doch mit. Dich kriege ich auch noch. So, ohne nochmal heilen zu müssen. Sehr schön. Dann lohnt sich das Essen jetzt wenigstens. Dann werden wir die zwei jetzt mitziehen und mit dem zusammen dann den umhauen. Machen wir es mal ein bisschen flotter. Ein bisschen flotter. Ach, Schadrans-Code. Okay, wie soll ich kaufen? Ich dachte, Schadrans-Code, CR gibt es umsonst. Also, wenn man vom PC-Sauer beispielsweise wechseln möchte. Dachte ich zumindest. Oh, shit. Oh, fuck. Das wird jetzt... Oh, oh, das wird jetzt ein bisschen... Oh, okay. Okay, okay. Ich glaube, jetzt haben wir uns übernommen. Oh, ich glaube, jetzt haben wir uns übernommen. Ich glaube, jetzt könnten wir uns übernommen. Das war... ein paar zu viel. Komm, Hand auflegen. Hand auflegen! Warum noch nicht bereit? Oh Mann, warum noch nicht bereit? Warum? 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 Was hat da ein Ding blockiert? Hat er göttliche Schuss blockiert, oder was? Wahrscheinlich. Ach, so eine Scheiße. Oh Mann, ey. Wieso muss der Scheiß den Scheiß blockieren? Das ist doch nicht normal. Wo geht's hier hoch? Ach, ach ja. Oh ja, oh ja, bitte, Dankeschön. Jetzt darf ich hier ganz rumlaufen, oder was? Ihr habt ja wohl einen Arsch offen. Komme ich da hoch irgendwie? Mann. Und das... Das war uncool. Das war uncool. Ja, ich hab's mal gedacht beim Hochgehen. Ich hab gedacht, okay, A3, A4, A5, A, scheiße, da kommen wir noch dazu. Okay, zu viel. Wir sind ja nicht unkaputtbar. Leider. Leider, Leider. Sulkunda. Ich bin voll der Kunda hier. Der Babo-Kunda. Ich bin voll Babo. Ich find Babo klingt total blöd. Babo klingt wie so ein Affe. Uh, 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 uh. Wer bist du denn, mein kleiner... Ich bin der Babo. Babo. Babo, der kleine Schimpanse. Oh, oh. Ah, scheiße, ist mal klar. Aber wenigstens nur einer. Hätten wir uns zwei mitgezogen. Beim Wiederbeleben wäre blöd gewesen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu oft sterben, weil der Respawn ist, glaube ich, ziemlich kurz. Was bedeutet, dass... Wir haben sonst wieder durchkämpfen müssen. Wenn es dumm läuft. Na komm, verloben. Wir müssen was essen. Ja, wir werden die beiden jetzt einzeln, beziehungsweise die beiden zusammenziehen und dann erst den da oben machen. Mit seinem Freund. So machen wir das. So, machen wir das. So, und beim nächsten Ding... Göttliche Vergeltung. Hört den Schuhrsatzschaden für die Aura der Vergeltung. Na gut, das haben wir gesagt. Schaden von... Okay, oder den. Hm, zwei Prozent mehr Schaden oder... Hm, schwierig, 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 schwierig. Ich glaube, wir nehmen den erst mal. Dann ist der schon mal weg, weil wir laufen ja oft mit der Aura der Vergeltung rum. So, genau, die beiden ablaufen. So, jetzt wechsel mal auf den. Der wird das in der Weifel verrecken. Okay, vier und zwei. Ich habe nur die vier gesehen, wollte schon Fluchen anfangen. Aber es war vierundzwanzig, okay. Ja, ich würde eigentlich gerne auf die Mauer da oben raufhoppeln, aber das wäre mir nicht hingekommen, glaube ich. Vielleicht von da hinten und dann die Mauer entlanglaufen. Oder darüber die Mauer? Da müssen wir gucken. Die Mauer muss weg. So. Na dann. Kiste, ne, hat nur so ausgesucht. Hat nur so ausgesucht. Du bist da richtig, alter Penner. Du bist so, mich hält dein Scheiß da auf. Boah, Alter, du bist so nervig, ey. Ja, aber noch mal bei. Direkt da aus dem Platzwerk. So. Oh. Na gut. Okay. Ja, ich sehe schon. Ich muss mich heilen. 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 Essen und trinken. So. Da brauchen wir nix von. Da hinten könnte sich noch einer aufhalten, aber da können wir nachher auch von oben runter. Lass uns mal schauen. Ja, da werden wir so nicht vorbeikommen, ne. Ja. Das war... Oh, scheiße. Das war klar. Ja. Da ist der eine. Ja, da müssen wir es halt im großen Stil machen. Weck mich im Arsch. Ah, der flüchtet. Scheiße. Genau, genau so was wollte ich vermeiden. So was wollte ich vermeiden. Scheiße. So, wo ist der Zweite? Wo ist der Zweite? Wo ist der Zweite? Wo ist der... Nein, den mach ich nicht. Den mach ich nicht. Den mach ich nicht. Jetzt hat es mit Hörnerflögen geklappt. Ach, der war schon tot. Der ist in meiner Weile gestorben. Der macht gerade auch nix. Okay. Haben wir Glück. Da ist ein Bug. Mein Bug, dein Bug. Bug ist für uns alle da. Ja, dann werden wir den. Ja, da müssen wir doch abräumen. Hilft nix. Da hinten müsste der andere sein. Da. Okay. Dann wissen wir immerhin, wo sie sind. So, ist gut. Ach, okay. Müssen wir ja auch nochmal in der Sorge noch im Kampf. Und auch wenn er nicht angreift, das können wir nicht regenerieren. Dann gehen wir von vorne ran, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir voll machen. Den kriegen wir nur einzeln weg. Könnte ganz knapp reichen. Aber wenn wir dann die einen Seiten abgegeben haben, dann reicht es wieder nicht. Weil die geben wir auch 1-1. Und dann wären wir hier schon bei... Ja, dann dürften wir hier fast nix mehr killen. Also denke dann, denke dran, immer nur ein. Mit dem Richterteil beackern. Sonst läuft er weg. Ja, siehst du, da kommt ein Netzlock gleich mit. Oh, da hat er Pech. Denn meine Lebenspunkte sind gelockt. Oh, der haut aber ganz gut rein. Der haut aber ganz gut rein, der Onkel. Der ist nicht zu verachten. Mein lieber Scholli. Lieber, lieber Scholli. Ei, 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 ei. Oh nein, oh nein, oh nein, bitte nicht, ey. Verfehlt. Oh, scheiße, 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 das kriegen wir nicht mehr hin. Scheiße, das kriegen wir nicht hin. Geh, verreckt, 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 du Urgenbock. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh, ho, 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 ho. Ei. Boah, Gott sei Dank. Das war eng. Das war eng. Z-Fix, der hat, oh, der hat gut zugehauen. Mein lieber Freund, das war mein richtiger 40er. Ha. Ja, mit 40 werden sie rabiat, ne? Das ist so, Midlife-Crisis und so. Meine Güte. Und wir hatten ja nichts mehr. Wir konnten ja nichts mehr machen, weil er alles verbraucht. Kein Mana mehr, nichts mehr. Oh, Gott, der andere wird auch nicht um den gleich. Das war natürlich böse, dass der Typ noch geedit hat. Das hätte nicht sein sollen. Aber, okay. Immerhin haben wir seinen Kopf. Hurra. Ach so, stimmt. Geht ja nicht, wenn ich tot bin. Nerv, nerv. Hm, da unten ist schon ein Respawn, oder? Das ist nicht gut. Das heißt, wir werden später über die Dächer fliehen. Hier ist auch schon wieder Respawn, das ist auch nicht gut. Das geht mir ein bisschen zu schnell, ne? So, erstmal recken. Wo bin ich mir hier vorbeizukommen, ohne dass wir da... Aber wir müssen die halt machen. Das Problem, ne, das wäre blöd. Ich glaube nicht, dass... Boah, da stehen zu viele um den rum. Da stehen echt zu viele um den rum. Das ist... Das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße, so. Wir haben hier nämlich nochmal spawnen müssen. Brauchen wir hier auf jeden Fall. Ich werde den auch noch wegmachen. Weil wir brauchen hier einen Platz, wo wir dann uns wiederbeleben können, falls es uns wieder zerbröseln sollte. Was, höchstwahrscheinlich, der Fall sein wird. Den holen wir noch dazu. Wenn er schon da ist. Phönixbogen. Was ist das der mit dem Flügelchen, ne? Komm, lass mich angucken. Lass ihn angucken. Lass ihn angucken. Lass ihn angucken. Nein, lässt er sich halt nicht angucken. So. Juhu. Schönen Wasser. Ja, kommt er auch noch dazu. Ist okay. Ist okay. Wir müssen eh beide sterben. Weil ich den Platz hier brauche. Daher. Ah, den können wir wahrscheinlich nicht ziehen. Den können wir vielleicht ziehen. Da ist halt ein Rangebob. 41er Häuptlings. Eins. Eins. Probieren wir es mal. Ja. Schön. Schön, schön. Das ist schon einer weniger an der Gleichung. Wenn wir uns von der Seite nähern, kann man den vielleicht umgehen. Ja, toll. Level ab und... Waren wir? Ah, Glück gehabt. Ist immer noch rot. Sehr schön. So. Ja. Okay. Alles okay. Ist okay. Der addet nicht, weil wir weit genug weg sind. Gut, der schnürt uns hier ein. Das ist extrem nervig. Aber was willst du machen? Ah, gut. Der ist aber nicht so rabiat wie der andere vorne. Der war um einiges rabiater. Ah, gut. Der wird sauer jetzt. Der wird uns sauer. Aber das macht nichts gleich so tot. Sehr schön. So. Jetzt getrunken. Jetzt bist du dran, mein Freund. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt bist du noch dran, mein Freund. Dann heile ich mich eben zuerst. So. Jetzt bin ich schon an dir dran. Jetzt kann er mich rum... rum bremsen. Wie will ich lag? Guck mal, schon. Niesbohrn da. Oh Mann, das war eng. Das war eng, liebe Freunde. Da. Niesbohrn. Niesbohrn. Nochmal tot. Niesbohrn. Abgewandert. Gut. Kurz was essen. Kurz was trinken. Haut eines alten Krokulisken. Können wir machen. Wir können auch hier runter reiten. Aber ich glaube nicht, dass... Ne, wir reiten da rüber und holen Nessingware jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, unnötig zu suchen. Den alten Krokki finden wir auch so. So, wir reiten jetzt hier rüber. Und dann hoffen wir, dass wir möglichst spät erst was adden. Okay. Okay, das ist möglichst spät gewesen. Ab durch die Mitte. Hoffen wir, dass wir uns nicht abmounten. Oder bremsen. Oder bremsen. Oder bremsen. Lasst mich in Ruhe. Ich will nur hier raus. Ich will nur heim. So. Hi, der Witzker, Kapitän. Ach komm. Ja, nee, klar. Die ganzen Trolle mounten mich nicht. Aber so ein scheiß Kacktiger mountet mich an. Oder was? Wer bist du, Tony der Tiger? Ich glaube, es hackt. So, das hast du jetzt davon. Hä, das hast du jetzt davon. So, wir essen das eher. Aber er ist noch voll weg, bevor wir die neuen Dinger nehmen, die wir jetzt ab 35 nutzen können. Das ist klar. Verschwendet wird nix. Ah, aber wir können doch jetzt hier. Hahaha. So, geweihte Vergeltung. Ju. 18? Sollte aber nicht mehr 18 haben. Hm. 50 Prozent. Steht zumindest nicht dran. War vorhin schon 18. Egal. Hm. Steht es vielleicht im Buch? Im Buch der Bücher? Ja, 27. Gut. Da steht es drin. Auch wenn es nicht angezeigt wird. Piffy Puffy. Hm. Alles klar. Alles klar, Herr Piffy Puffy. So, wir haben ja was für dich. Kapitel 1, mein Freund. 1, 1. Sehr schön. Alles abgeschlossen. Und jetzt haben wir den gesamten grünen Hügel abgeschlossen. Toll. Wir kriegen... Oh, 6,550. Das ist ordentlich. Oh, aber zweieinhalb Bollen haben wir hier gemacht. Meine Fresse. Also, wenn man die grünen Hügel rankommt, dann lohnen sie sich schon. Das muss man neidlos anerkennen. Streitkommen für 30. Ne. Haben wir doch auch. Sehr Hammer. Der wird also verkauft. Der wird verkauft! So. Und... Na, neues Tränkchen. Das ist gut. Er kann uns den Arsch retten. Okay, so. Was machen wir jetzt? Hier. Reiten wir zurück ins... Na, nein. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil jetzt ist die Folge zu Ende. Ich muss jetzt gucken, ob wir noch eine weitere aufnehmen können. Wenn, dann sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Morgen wieder oder Abend. Je nachdem, wie ihr nicht zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.